Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Dino Vorstellungsvideo von ARK SURVIVAL EVOLVED. Und zwar geht es diesmal um sogar ein friedlichen Unterwasser Tierchen. Und zwar um diese schönen Coel, also diese Coiler da, diese Viecher hier da, diese da, da. Wow, aber Beißerchen haben sie. So, so. Ich muss ein bisschen, ich habe die Axt in der Hand wegen den Piranien, die hier in der Nähe sein können. Also es gibt sie auch hier in ganz klein. Ganz klein und süß und in anderen Farben. Also es gibt sie ganz viele verschiedene hier. Und zwar sind sie nicht zähnbar, sie sind nicht reitbar daher, also haben sie auch keine Möglichkeit mit einem Sattel bestückt zu werden. Und sie dienen ausschließlich eigentlich nur zur Verschönerung oder so. Wenn viele auf einem Fleck sind, bin ich ganz gerne mit meinem Dino dabei, wenn ich den leveln will. Weil, da läuft die Schildkröte durch mich durch, ich werde doch bekloppt. Und beiß einmal in den Teich oder sowas rein und dann hat man ganz viele. Und das levelt einen auch. Hier fliegt gerade ein Saurier vor irgendeinem anderen Gegner. Das ist jetzt ein bisschen beunruhigend. So, ich werde jetzt trotzdem mal einen, so einen Fisch hier töten. Nehmen wir mal hier so einen, so einen, da. Und gibt auch nur Fleisch. Da, ein bisschen Fleisch gibt da, also nichts Besonderes. Also lasse ich die eigentlich so selber leben. Bis auf natürlich, wenn ich zum Beispiel mit dem Giganto da Richtung Sumpf, oder im Sumpf gibt es die auch, herumdüse. Darf er die alle weg hapsen, damit er gut levelt. Weil da immer ganz viele auf dem Fleck sind. Das war's auch schon. Mal ein schnelles Video. Danke fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch mehr Videos von mir gucken würdet. Und ein Abo dalasst. Und an euch noch einen traumhaften Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.